Rabimmel Rabammel Rabumm, wer kennt's nicht, das Laternenlaufen im Herbst zu Sankt Martin, das gemeinsame Basteln der Laternen mit den Kindern zuvor und die Lieder, allen voran der Klassiker, ich gehe mit meiner Laterne. Also ich erinnere mich noch gut als Kind und auch daran, als meine Frau und ich mit unseren Kindern zum Laternenlaufen gingen, Herbst vor Herbst, Rabimmel Rabammel Rabumm. Ja, heute sagt man ja nicht mehr Sankt Martin, sondern lichterfest, um niemanden auszugrenzen. Naja. Und dennoch, jeder hat den heiligen Sankt Martin vor Augen, der ritterliche Held in glänzender Rüstung auf seinem blütenweißen Schimmel, der lange rote Mantel, das Schwert, mit dem er ihn teilt und die Hälfte einer armen, frierenden Seele gibt. Sehnen wir uns nicht alle nach solcher Ritterlichkeit und wollen wir nicht auch wie Sankt Martin sein? Doch halt, lasst uns nochmal genauer hinsehen und ein paar Fragen stellen. Warum teilt Sankt Martin seinen Mantel nur und gibt ihn nicht ganz her? Kann er sich doch einen neuen kaufen. Warum verwendet er nicht sein Schwert zum Kampf gegen die Armut? Macht er doch einen auf tapferen Ritter? Warum schlachtet er nicht gleich sein Pferd und spendet vielen Menschen Nahrung damit? Braucht er doch sein Pferd gar nicht so sehr dringend. Da fragen wir uns doch, ob dieses verklärte Bild von Sankt Martin noch in unsere heutige Zeit passt. Doch lieber lichterfest anstatt Sankt Martin? Nein. Denn wir sind doch alle gerne Sankt Martin und möchten doch ein bisschen Sankt Martin sein, ein bisschen die Welt retten. Der eine so, der andere so. Wie werden wir mit den vielen armen, frierenden Seelen in den kommenden Winterwochen umgehen? Wie verwenden wir unsere Schwerter? Was machen wir mit unserem Pferd? Auf das Heute-Übersetz stelle ich die Fragen etwas anders. Aktueller, deutlicher. Geben Sie alles her bzw. alles auf, was wir geschaffen haben. Unsere Identität, unsere Kultur, unsere Tradition, gar unser Land. Kaufen Sie sich eine Schusswaffe, um in Zeiten der Kälte und des Hungers Ihr Hab und Gut zu verteidigen. Oder kaufen Sie für das gleiche Geld einige Kilo Mehl, Reis, Kartoffeln und so weiter zusätzlich, sodass es für andere, die nicht so gut vorgesorgt haben, wie Sie, auch reicht. In diesem Sinne, ein gesegnetes Sankt Martinsfest. Auszubereiten 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 Vielen Dank.